Ich würde mit einem Sound starten, aber geht nicht, weil alle mute. Ich weiß nicht. Wie? Er fängt normalerweise mit einem Sound an. Ich wollte auch, ich habe mir so überlegt, dass ich anfange, aber alle seine Sounds, die immer auf TikTok posten, gesperrt wegen dem Universal-TikTok-Schein. Nicht alle, aber alle Universal-Sounds. Legit die Hälfte einfach. Hast du auch mitbekommen, oder? Ja, ja, habe ich mitbekommen. Super beschissen. Ich wollte sogar sagen, lass mich anfangen heute, dann mache ich den Sound. Weil du keine mehr hast. Scheiße. Ich habe natürlich noch, es geht. Aber es ist halt jetzt nicht, ich habe so einen Sound super traurig, der hat so einen Sound mit Bad Moms J. Der hatte 5,3 Millionen. Der war so mein Favorite-Filmer. Der hat sich so mit ihr zusammengedreht vor zwei Jahren, wo das so alles anfing. Der ist mute. Einfach jetzt. Der ist oben bei mir gepinnt. Mute. Und so viele Leute schreiben schon, ey, ich brauche den Disco-Pogo-Remix und so. Den brauchte ich jetzt für Karte. Ich so, ja, krass. Kannst nichts machen. Bist du auch davon betroffen dann? Bisher nicht, dass ich wüsste. Also ich bin bei, ich bin nicht bei Universal oder sowas. Ja, dann hast du Glück gehabt. Aber, ja, das ist auf jeden Fall Kacke. Für mich nicht so schlimm. Jetzt gehen wir auf Chicago, Billie Eilish, das wird alles mute. Das ist ja deren Content, deren Musik. Bei mir ist ja noch, ich kann ja mal, ich mache ja auch alles mögliche auf TikTok, aber so bei denen ist es alles mute. Das ist echt hart. Die einzige Sachen, die dann nach oben sind, sind so eine Clips, wo so, die so richtig random sind, wo gar nichts vorkam irgendwie. Die Sonne bleiben nach oben oder nicht, wenn kein Sound drin ist. Ja, ja, genau so. Und du kannst auch Sound ersetzen, das macht dir gar keinen Sinn. Das ist ja unheimlich. Theo hat Glück. Der hat ja einen, der hat ein Video, kennst du Theo Karow? Ja. Der hat ein Video mit 100 Millionen so. Das ist gemutet. Jesus. Und das ist gemutet, aber da könntest du einen anderen Sound nehmen. Jetzt kann er einen nehmen, der ähnlich passt, weil das ist einfach nur so ein Background-Sound gewesen. Glück gehabt. Kann er so retten ein bisschen. Das stimmt. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Du bist einer der, von Anfang an, der meist gewünschten Gäste hier gewesen. Und auch wenn du über die Übereinstimmung siehst, von Hörern, ist euer Podcast sehr, sehr weit oben bei uns. Krass. Die haben dich sehr, sehr lange gewünscht. Lange jetzt bis endlich hier. Crazy, man. Äh, warum? Random, ne? Aber der Überschnitt ist einfach anscheinend bei der Community sehr groß gewesen. Okay, interesting. Ähm, ich wünschte, ich könnte das andersrum sagen, aber, also es ist mir, es ist mir zumindest, warte, es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Aber bestimmt. Weil, sonst wäre es ja nicht so rum. Ja, aber für die vielleicht, für die es nicht wissen, kannst du auch gerne mal kurz vorstellen. Yes, eh. Für die es vielleicht nicht wussten. True. Ja, wir haben einfach angefangen, ne? Ja, ist immer so. Äh, yo, ich heiße Jay Samuels, Jay, ähm, und ich mach so Stuff online, äh, Content Creation, ich mach auch Musik, mein aktuellstes Projekt ist gerade ein Musikprojekt, äh, ich mach so englischsprachigen Rap, ähm, und dann, hab ich auch einen Podcast, äh, wie die beiden hier, mit, äh, Aria zusammen. Äh, Film mach ich noch. Also, so, äh, immer machen. Ja. Ich glaub, das ist so das, würdest du sagen, das ist das, was dich am meisten austeichnet? Oder Musik mittlerweile? Bei mir war das immer so, dass, äh, Film und Musik waren so meine beiden großen Leidenschaften, so, ähm, ich wollte schon immer, also seitdem ich vier Jahre alt bin, wollte ich Filmregisseur werden, und dann aber irgendwie mit, auch mit vier oder fünf, hab ich so angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, war auch so im Chor und so ein Stuff, ähm, und dann war das, als, kurz bevor ich mit YouTube angefangen hab, also ein paar Jahre vorher schon, ähm, hatte ich halt mit so Rap angefangen und hatte da so eine Rap-Crew, wir haben da so, sehr aktiv auf YouTube auch Stuff released, ja. Und das ist erstmal so mein Main-Ding gewesen, und dann hab ich aber halt auch mein Film-Content gemacht, und der ist dann plötzlich einfach irgendwie viel größer geworden, und dann war das so, okay, ich werd mich erstmal darauf konzentrieren, ähm, und das hat mich, glaub ich, auch eine Zeit lang auf, äh, auf Social Media halt so, also dafür kannte man mich, glaub ich, eher. Slowly hab ich dann auch versucht, mehr, mehr Musik-Stuff zu machen. Jetzt im Moment konzentrier ich mich mehr auf Musik, aber es ist so immer phasenweise, so, so die Saison von Musik, keine Ahnung, glaub danach oder was kommt. kannst du immer machen, auf was du mehr Bock hast gerade so ein bisschen. Voll. Ich war am Start früher, wenn ich so vor sechs, sieben Jahren denke, ich hab immer Film-Geek oder so hieß das. Ah, crazy. Ich war voll am Start, also ich hab die Videos immer früher, ihr habt so, einfach so kleine Theorien und so, so gesagt, das und das, und kann das sein und so. Erzähl mal, wie war das nochmal, so alles? Also ich hab's voll geguckt immer. Was willst du wissen, wie war das? Ja, so was, ihr habt doch immer so, wie ist das entstanden, einfach so geil. Ja, ich glaub das war, also Ari und ich sind, oder okay, ich kann ja erstmal nur von mir reden so, aber großer Film-Fan, also wie gesagt, so vom Machen, aber halt auch einfach schon immer Filme geguckt. Das war auch so ein Ding, dass wir zu Geburtstagen und Weihnachten und so uns auch immer so einfach gegenseitig alle Filme geschenkt haben in der Familie und so. Ja. Damals, als man die noch physisch hatte so. Schon DVD dann, oder? VHS kurz und dann meistens DVD, ja. Krass, so genau VHS sein. Ja, hauptsächlich DVD. War einfach so ein Ding, dass ich schon immer mich voll für sowas interessiert habe, war auch schon immer ein bisschen mehr nerdy als der Durchschnittsmensch vielleicht. Und genau, dann, ich hab dann, hab ihr erzählt gerade, ich hab so Rap gemacht und hab jemanden gebraucht, der ein Musikvideo für mich dreht, weil ich hab früher immer die Musikvideos selber gemacht und bin dann über einen gemeinsamen Freund auf Aria gestoßen und Aria war halt auch voll filmbegeistert. Wir haben uns so direkt voll connected bei diesem Dreh und dann kam das einfach, dass wir schnell gemerkt haben, jo, wir reden eh immer über Film, haben auch kurze Filme zusammen gemacht und dann hat sich irgendwie ergeben, dass wir einfach so eine Show daraus machen, wo wir einfach darüber reden, über das, was wir eh feiern und das ging auch locker ein Jahr lang, wo wir einfach wöchentlich Videos hochgeladen haben und da waren so gar keine, Views drauf und das war auch witzigerweise vom Content her aber nicht großartig anders, als wo es größer wurde, sondern wir haben es einfach ein Jahr lang hochgeladen und irgendwann kam einfach dieser Moment, wo das innerhalb von ein, zwei Monaten schlagartig größer geworden ist. Habt ihr währenddessen auch noch einen normalen Job gehabt einfach? Natürlich musst du ja wahrscheinlich schon. Ja, ich hab richtig lange, also ich hab studiert und parallel bei einer Supermarktkette, die sich auf Schmaufland reimt, habe ich in der Pfandabteilung gearbeitet und so recht lange sogar. Das hören wir so oft mittlerweile mit Leuten, die wir hier haben, die fangen immer an und die Spreu teilt sich vom Weizen, das sind die Leute, die das durchziehen können, nicht aufgeben und währenddessen sie ihren Job, Studium und so abschließen. Das merkt man immer wieder, bei dir war es jetzt zum Beispiel ein Jahr, wo du es durchgezogen hast, bei mir war es auch, ich glaube, eineinhalb Jahre, mit Jango ging das alles ein bisschen schneller, aber hat auch nebenbei noch gearbeitet. So die Leute, die das einfach neben ihren Job weitermachen mussten, also eigentlich zwei Jobs hatten und die das durchgezogen haben, die schaffen es dann irgendwann. Das merkt man immer wieder aufs Neue. Krass, woran das liegt? Also du musst ja, du kannst ja nicht, ich kann ja nicht jetzt, wenn ich sage, ich mache jetzt Content Creator, ich kann nicht jetzt auf der Stelle meinen Job kündigen und dann funktioniert das. Du musst irgendwie was erst aufbauen, bis du sagen kannst, okay, jetzt lohnt sich das viel mehr, Content Creator oder Video-YouTuber zu werden oder so oder auch generell, jedes andere, auch so Fußballer oder Schauspieler, die haben ja nicht direkt damit angefangen. Das startet ja wahrscheinlich fast immer als Hobby, bis es dann so gut wird oder so gut läuft, dass du deinen normalen Job kündigen kannst. Aber das merkt man immer wieder, du musst einfach durchziehen. Bei dir war das nicht so? Bei dir war das schneller? Also bei mir ging es schon sehr flott, ich habe beim Gesundheitsamt gearbeitet, das war während Corona auch, da habe ich so random halt so einen Sound gehabt und der ist dann so viral gegangen und dann musste ich, das war auch ein bisschen kacke zu der Zeit, ist mir ein Kollege mit einem Audi SQ, über dem Fuß gefahren. Was? Das war der Tag, das sind die zwei Tage, habe ich auch nie vergessen. Ich habe so einen Sound gemacht und ein Kollege meinte, what the fuck, voll geil, einfach so, wo ich rede und dann kommt ein Lied. Super, keine Ahnung, warum ich das überhaupt gemacht habe. War es immer noch der Paris Freestyle? Paris Freestyle. Alle fragen mich, wo bist du, wo bist du, wo bin ich wohl und dann drei Tage draußen, weil Paris Freestyle, ein paar Stunden war da sowieso on point, Paris Freestyle kam raus und ich habe den gemacht und ein Kollege, mach heute Video dazu im Club. Ich so, okay, ich wusste gar nicht, wie Transitions gehen. Voll kacke gewesen mit so zwei Kollegen von mir und dann habe ich den, glaube ich, in der Nacht noch kranken ausgewiesen wegen, ein Kollege ist mir über den Fuß gefahren um fünf Uhr morgens am McDonald's singen. und 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 da habe ich irgendwie hochgeladen, glaube ich, noch im Suff und irgendwie so nach zwei Tagen habe ich so geguckt und das hatte so 60k, aber voll viele Creations dann und da haben wir so Promis benutzt, so irgendwie so Loredana, Lena Gerke und 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 und. Ich hatte den auch benutzt. Echt? Ja, ja. In der Schlags benutzt, da beim Skifahren auch. Du warst ein Groupie. Ja, nee, und dann habe ich halt durchgezogen und ich so, ey, ich nehme jetzt alle viralen Lieder und mache einfach weiter und bam, bam, bam. Ich war so halb so ein Krüppel, aber habe meine Videos Sounds gemacht und dann hat das irgendwie noch einen Rapper gesehen, noch einen und dann habe ich die ersten angeschrieben. Ich wusste halt All In und dann habe ich halt währenddessen nicht so, dann habe ich halt wieder beim Gesundheitsamt immer noch gearbeitet, aber das war halt so wegen Corona auch an Wochenenden und Clubs waren noch nicht offen, so gerade so halb wieder nur mit Testnachweisen und ich musste, manchmal war ich Club, weil das ja auch so ein bisschen mein Content war mit diesen ganzen geilen, schnell geschnittenen Videos. Bin ich am nächsten Morgen im Büro da gewesen, Corona, acht Stunden da, Leute angerufen, die positiv sind, während ich selber feiern war gestern. Dann bin ich nach Hause, habe 13 Videos vorproduziert, bis in der Nacht, bin am nächsten Morgen wieder aufgewandt und ich habe das so drei Monate oder so durchgezogen und jeden Tag wollte ich drei Videos posten, weil ich hatte halt so, ich wollte immer nur diesen Funken an Hoffnung haben und ich habe halt jeden Tag drei Videos, habe Vlogs gemacht, bin zu jedem bewandt, ich bin nach Berlin hier, habe alles gedribbelt, habe da irgendwie wieder gesagt, meine Arbeit, ich muss unbedingt und das ist wirklich deine Chance. So habe ich dann, dann habe ich Chicago kennengelernt, wo er ohne Brille und so noch im Studio war, solche Sachen so. Das war so eine crazy Zeit, das waren so drei, vier Monate, wo einfach mein komplettes Leben geflippt wurde und dann musste ich kündigen, weil ich ihn schon so, ich wusste schon, ich gehe auf das Festival und bin auf dem Event und ich werde auf der Kooperation da und da sein und ich dachte mir, ey, ich habe da sogar echt gut verdient, ich war Schichtleiter, weil ich da auch durchgehasselt habe, 2.300 Netto verdient nach dem Abitur. Ja, ich habe für Deutschland, das ist krass, für Deutschland. Digga, warte, was, das ist mehr Geld, als ich mit Studium gehabt hatte. Echt? Ja, das war krass. Halt das Maul. Weil ich habe ja auch Nachtschichten und so, du hast Zulagen bekommen, eigentlich nur so 1, du bist fucking 19 Jahre alt, verdienst 2, 3 Netto und du willst jetzt kündigen, die haben dann auch nicht gerafft. Und ich so, ich muss das machen. Und alle meinten, du bist doch geisteskrank. So, auch da, da sind dann irgendwelche, ich habe da so, ich war manchmal Chef sogar von irgendeiner Familienmutter, weil ich halt echt gut war in dem. Ich habe da echt durchgehasselt. Ja, und dann haben die alle gesagt, wegen TikTok kündigst du jetzt? Ja, das sind nicht so ganz alle gerafft. Aber ich musste es tun, ich wusste es so und ich wusste, ich werde durchziehen. Ja, und dann bin ich all in gegangen, aber durchgezogen, auch bis jetzt hin. Also wirklich, ich mache da immer noch jede Nacht bis 4, 5 Uhr manchmal. Aber dein Schlafrhythmus ist echt krank, immer noch. Sehr crazy. Was, wenn du so krass durchziehst, was, wie, okay, weil das interessiert mich generell bei Leuten, die creative sind. Wie balancierst du dann dein Privatleben mit der Arbeit? Ja, sehr, sehr schwer. Das ist richtig so. Sehr, sehr schwer. Das ist auch so, also es war am Anfang echt cool und ich habe es geliebt, so dieses so, ich liebe das so viel zu machen, wenn ich auch sehe, ey, ich habe bis in der Nacht fünf Videos gemacht und ich sehe, dass drei von den fünf Videos übelst krass abgehen und irgendwelche und so, dann war es für mich so, ey, geil, hat sich gelohnt so. Und das wurde dann irgendwann sehr viel, letztes Jahr auch mit, wir hatten viele Shows und so, ich war zweimal auf Tour letztes Jahr und das wurde alles so, alles, was ich gemacht habe, war eigentlich nur noch, was wir gemacht haben, war so nur noch entweder irgendwo hin Podcast, währenddessen wir Podcast aufnehmen, waren wir auf irgendeinem Festival, dann direkt weiter irgendwie nach Mallorca, weil da, weil ich eine Show hatte, dann sind wir zurück, alles, also es gab eigentlich so kein Privatleben, alles war eigentlich nur noch, was wir machen so beruflich so, also ich kann mich, ja. Das cool ist aber, dass dieses ganze berufliche auch immer noch richtig cooles Erlebnis ist, wenn du auf einem Festival bist, das ist ja eigentlich auch irgendwie geil, du gehst auf ein Festival, arbeitest da zwei Stunden, Podcast aufnehmen zum Beispiel und machst da Videos, aber währenddessen hast du auch halt auch unglaublich viel Spaß. Also, man kann auch sagen, dass so, die Balance ist ja auch einfach, dass das, was wir machen, auch einfach Freizeit ist. Freizeit mit richtig geiler Arbeit. Ja. Oder wie ist es bei dir? Du machst es sogar ein bisschen länger, vielleicht kannst du da besser was zu sagen, weil ich mache es jetzt seit zwei, drei Jahren, aber ich komme jetzt schon so, wo ich sage, yo, ich hätte gerne einfach mal so, yo, ab 18 Uhr ist Feierabend so und dann kann ich, und dann treffe ich mich abends mit welchen und das hat mich verabredet, das gibt es bei mir, ich kann nicht planen, entweder sage ich jetzt, ich gehe raus und dann mache ich trotzdem wieder und dann filme ich alles und vlog hier wieder und oh, da schneide ich und dann schneide ich da irgendwas für meine Story schnell, ein geiles Video zusammen, damit ich eine coole Story drin habe oder irgendwie, da mache ich Snapchat die ganze Zeit, das ist so, egal was ich mache wo, will ich immer versuchen, mit allem was ich mache, so zu verbinden, also es gibt jetzt nie irgendwie, oh ey, lass mal mal einen Zwei-Tage-Trip irgendwo in den Bergen machen, so da würde ich alles wieder vloggen, filmen, coole, oh, das sieht geil aus, ich kann nicht coole Videos machen, so, wie machst du das, du machst das ja schon alles ein bisschen länger so, hast du so wirklich so, ey, morgen habe ich frei oder so? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, mein Content ist halt auch ein bisschen anders als der von euch, also ich, meine Sachen passieren mehr geplant, stimmt, und ich glaube, bei euch ist zum Beispiel der Vorteil, würde ich jetzt denken, nicht zwingend immer, aber dass ihr so, wie du schon meintest, deine Erlebnisse kannst du quasi in dein Content reinnehmen, bei mir war das zumindest ganz lange so, dass der Content halt sehr losgelöst davon war und ich musste halt Content produzieren und dann, wenn das vorbei war, mich dann noch irgendwie um mein Privatleben kümmern, wenn überhaupt, ah stimmt, und genau, und das hat halt, also ich war halt aber auch so sehr euphorisch und ja, ich zieh das durch und es hat auch mega Bock gemacht, ich will mich ja auch null beschweren, so, aber einfach nach, ja, nach ein paar Jahren ist das dann schon so, dass du merkst, wenn du da keine Balance hast, irgendwann hast du dann so eine, Burnout ist vielleicht ein bisschen doll, aber doch, kann auch passieren, so. Ist schon viel passiert. Ja, also ich hatte auf jeden Fall mehrere Phasen, wo ich so sehr down war, auch deswegen. Ist komisch, weil du dann auch quasi dich auch nur noch mit Leuten umgibst, die diese Welt verstehen, aber das bedeutet dann auch, dass diese Welt auch wirklich dann nur noch das ist. Also, du hast keine, du hast nichts anderes mehr. Es ist immer, es geht immer nur um Arbeit und ich glaube, früher oder später muss man auch mal ein bisschen Abstand davon nehmen. Meine persönliche Meinung, vielleicht auch nicht, andere können das vielleicht ab, so, aber bei mir war das irgendwann, dass ich gemerkt habe, scheiße, ich muss irgendwie gucken, dass ich das besser trenne. Zum Beispiel hier, ich habe zwei Handys. Ja, ich auch. Ah, okay, ja, nice. Und so, alle sagen immer so, oh, ist dein Ticker-Handy oder so? Nein, ich habe, also es ist tatsächlich ein Arbeit, ein Privat-Handy. Ich habe jetzt beide bei, weil ich nicht wusste, ob wir über Insta schreiben oder was wir machen, aber ich habe eigentlich so, mein ganzes Social Media ist auf einem Handy und mein restliches Leben ist auf meinem anderen. Krass. Sodass quasi, wenn ich fertig bin, mache ich das in den Schrank. Echt? Ja, also ich lege das in den Schrank rein. Ich habe trotzdem noch mein Handy, ich kann auch noch, ich habe noch YouTube drauf, aber so mit einem normalen Account und so. Also hast du auf dem Privaten zum Beispiel kein Instagram oder sowas, du hast ja nur WhatsApp, um deine Freunde zu schreiben. Ja, das ist stark. Weil ich da auch gemerkt habe, ich habe mich da voll krass drin verloren, weil das ist immer so, also bei mir war das zumindest so, es war immer, man hat sich auch selbst die Ausrede gemacht, ja, ich brauche das ja für die Arbeit. Ja. Deswegen, ich scrolle hier gerade, aber das ist Recherche. Ja, ja. Wisst ihr euch meinen? Und dann aber, du doomscrollst halt um dein Leben und irgendwann, du bist so, Digga, ich bin ja immer, also immer da dran einfach. Ja, ja. Genau, und dann musste ich das irgendwann machen. Also für mich hat das System ganz gut funktioniert. Ich sage nicht, dass es das System ist, aber das mache ich zumindest gerade. Das muss ich mir erst mal überlegen, so etwas zu machen. Das ist echt gut, weil das ist... Muss ja konsequent schon sein, aber es geht. Ja, definitiv. Es führt auch oft dazu, bin ich auch ganz ehrlich, dass ich dann einfach zwei Handys bei habe. Ja. Und dann ist es so, ja, okay, was hat das gebracht? Aber ich habe zumindest die Möglichkeit zu sagen, ey yo, gerade nicht. So, was ich meine, hilft eigentlich. Wenn es nicht immer in Griffweite ist, dann machst du auch nicht. Weil das ist das Problem. Automatismus. Wenn es einfach da liegt und du willst es gar nicht benutzen, dann nimmst du es aber trotzdem. Wenn ich die ganze Zeit essen will, einfach so aus Langeweile. Ja, genau, genau, genau. Ich öffne einfach das Handy ohne, ich weiß gar nicht, wie was ich das öffne. Kennst du das, wenn du, es gibt so eine, oh mein Gott, das ist auch so krank, es gibt so eine Dooms-Routine, wenn du ein Smartphone hast, hast du ein iPhone, gehst auf Insta, okay, hast du den Feed durch, dann gehst du auf YouTube, guckst dir zwei Videos an, hast du den Feed durch, dann gehst du auf Snapchat, guckst deine Leute an, gehst du auf WhatsApp, schreibst deinen Freunden zurück, dann fängst du aber wieder von vorne an, dann gehst du nochmal auf Insta, ich sehe wieder was Neues. Das ist schon 15 Minuten vergangen. Dann gehst du wieder neue Storys online und so, gehst du nochmal abchecken. Dann gehst du nochmal kurz YouTube, vielleicht ist schon wieder ein neues Video raufgeladen worden. Ja, ja. Das ist echt, dann fängst du dich so und dann merkst du, ich habe diese Scheiße, ich bin gerade in der dritten Runde gerade und dann denke ich auch so, Bruder, ich bin krank, das geht nicht, aber das geht ja auch vielen so, nicht so Leute jetzt, die irgendwie Social Media machen, das geht ja vielen Leuten da draußen, die einfach süchtig nach dem Smartphone sind. Boah, ja, das ist echt schlimm. Gute Taktik, überleg mal. Ich glaube zumindest, ich finde an sich, Social Media ist ja voll die coole Sache, ich meine, wir alle leben ja auch davon und so ermöglicht voll viel, also egal, selbst wenn du kein Creator bist, so einfach, es ermöglicht einfach unglaublich viel. Ich bin bloß nicht so der Mega-Fan von diesem, also generell, ich feiere das nicht so, wenn ich nicht selber entscheiden kann. Und man kann entscheiden, aber man ist so, man wird so gefangen von diesem Stuff manchmal, dass, ja, I don't know. Auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass ich zumindest das wegpacken kann, wenn ich will so. Das ist so mein Ding. Zu deinem Film-Content habe ich schon eine Frage aufgeschrieben gehabt, weil er guckt richtig ungern oder wenig Filme. Einfach weil das nicht so sein ist. Richtig ungern stimmt nicht, ich finde das schon cool, aber ich will nicht so, für mich ist das so ein bisschen, Zeitverschwendung dann, wenn ich dann so jetzt so eine Serie durchhusteln würde oder, weiß nicht, ich denke nicht. Husteln so, als wäre so Arbeit. Ja, für dich ja schon. Aber er guckt halt, Drew, ja, in gewissen Umständen, ja, aber ich gucke es halt auch selber gern. Der ist ja auch Prime Video, du bist ja so ein Member auch von Prime Video und so, für dich ist ja so, du kannst dann wieder Videos darüber machen. Genau. Ja, okay. Aber eben, ich gucke es halt richtig gerne, ich liebe es, also abends auch so. Ich muss mal einfach sagen, wenn wir jetzt sagen, was machen wir Freitagabend? Jürgen würde jetzt sagen, lass feiern gehen oder irgendwas cooles unternehmen. Ich sage ja noch öfters als er, ich gucke mir jetzt einfach richtig gerne Serien. Ja, ja, das ist einfach so. Aber ich wollte von dir mal wissen, als Experte, was würdest du ranken, die Top 5 Filme für dich und Serien? Weil sie mich echt interessieren, was du da sagst. Top 5? Schon viel. Du kannst auch Top 3 machen, wenn du möchtest. Im Sinne von so, was wirklich die Besten sind oder was sind meine Lieblings? Was würdest du Leuten empfehlen, weil die einfach richtig geil waren? Okay, das ist noch was anderes. Warum ist noch der Unterschied? Ja, was er Leuten empfehlt, so, ey yo, das ist voll krass zu filmen. Aber vielleicht ist es nicht sein Favorite, aber er sagt so, oh, das ist schon krass. Das muss man sich angeguckt haben, als wenn man jetzt nicht so viele Filme guckt hat. Oder wirklich seine Top 3 Favorite Filme, die er am geilsten fand. Da würde ich seine Top 3 Filme und Serien. Ja, das wollte ich dir nämlich auch fragen dann. Ihr habt zweimal das Gleiche gesagt, aber nicht erklärt. Unsere Fragestellung ist immer so scheiße. Wahrscheinlich ist es doch das Gleiche. Ja, doch. Okay, also ich beispielsweise, der erste Film, der mich so richtig krass mitgenommen hat und quasi, oder nicht mitgenommen, aber mit gerissen hat, meine ich. Mit Tränen auch? Nee, aber der quasi mich dazu gebracht hat, selbst Filme machen zu wollen. Ah. War, als ich, ich glaube, ich war vier Jahre alt. Junge, was? Ja. Als du mit vier Jahren einen Film guckst, sagst du, ich mach das jetzt selber. Ja, ja, voll. Also du realisierst, dass man das macht so. Ja. Wow. Okay. Das war der erste, also quasi der vierte Star Wars Film. Du hast dir Star Wars anguckt und dachtest nicht, dass das echt ist mit vier? Bei Episode 4. Oh mein Gott, jetzt, aber bei Episode 3 noch nicht. Ich kann mich schon nicht erinnern. Was ist in Episode 4? Was war denn da, was ist da passiert? Also wir kennen das alle, glaube ich, ein bisschen. Das ist der erste Star Wars Film, der jemals gemacht wurde. Eins, zwei und drei kamen danach. Das sind die Prequels. Also, aber Episode 4 ist quasi eigentlich der erste Star Wars Film. Ah, okay. Genau. Und, scheiße. Alter, war ja super peinlich dann gerade, was du gesagt hast. Nein, wir kennen das ja alle ein bisschen. Ich bin so gefrontet. Du meinst ja, du guckst nicht so viel. Nee, das nicht, ja. Deswegen alles gut. Okay. Aber genau, das war, damals haben die die, der Film ist ja eigentlich uralt so, der ist ja irgendwie in den 80ern rausgekommen, so alt bin ich nicht, aber der wurde irgendwann re-released in die Kinos und mein Dad hat mich damals, damals habe ich noch in Amerika gewohnt, mein Dad hat mich zum Kino mitgenommen und ich glaube, ich war auch viel zu jung, um das, um das eigentlich. Ja, denke ich mir halt auch gerade, wie kannst du dich überhaupt daran erinnern? Ich kann mich an nichts ändern, vier Jahre alt. Also es war einer dieser, wie nennt sich das? Core Memories? Kernerinnerungen. Kernerinnerungen so, ja, und ich war einfach mega geflasht davon. Ich wusste, dass das Fake ist, aber ich fand das so beeindruckend, dass das alles, was ich da gerade sehe, aus dem Kopf von einer Person entsprungen ist. Es lässt sich drüber streiten, ob das der beste Film ist. Ja, aber dein Favorites, ja, voll fair. Ja, den Film, den ich richtig cool finde, ist auch nicht der beste Film, aber ich liebe diesen Film, ich kann ihn tausendmal gucken, die Rush Hour Filme. Ja, geil. Vor allem der, aus irgendeinem Grund der zweite. Ja, der zweite wollte ich auch sagen. Der zweite ist so heftig. Ja, I don't know, auf jeden Fall der. Und dann Matrix. Hast du den neuesten schon gesehen? Ja. Schade, ich wollte auch sagen. Nee, Matrix habe ich auch, Matrix habe ich so an, in einem Flugzeug, da war so zehn Stunden der Flug, habe ich alle drei hintereinander geguckt. Ah, krass. Am ersten Mal auch so durch. Wo ich sage, so drin. Junge, in der Zeit hättest du so viel hasseln und arbeiten können. Junge, ich war zu 14 oder so am Spiel. Junge, da hättest du eine Firma gründen können. ist nur Spaß. Ist es für dich so, dass wenn etwas nicht zu deiner Arbeit beiträgt, dass es für dich dann so wie Zeitverschwendung anfühlt? Weil ich mir so ein bisschen nicht Druck mache, aber ich denke mir so, wenn ich so zwei Tage lang oder so nicht bis vier Uhr nachts wach war und Videos gedreht habe, dann denke ich mir, du bist wahnsinnig, du musst es durchziehen. Manchmal komme ich, also ich glaube, ich muss das noch lernen. Also das Ding ist, ich kann dieses Gefühl voll nachvollziehen, weil ich habe das andauernd, dieses Gefühl. Ja, so richtig so. Mach ich genug, so dieses Gefühl. Ja, also ich hinterfrage immer oder ich sage mir immer, scheiße, man, ich hätte mehr machen können und das ist eine Eigenschaft, die irgendwo wahrscheinlich mich auch dazu gebracht hat, so Anführungsstrichen erfolgreich zu sein oder da einfach zu stehen, wo ich gerade bin. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die schnell nach hinten losgehen kann. Ja, die ist nicht gesund. Weil, wie schon gesagt, wenn du das dein ganzes Leben lang machst, ist ja nie, gewinnst du nie, also so, ist immer wieder, ja, ich weiß schon, ist scheiße. Ich mache das mittlerweile, super beschissen. Ich habe einen Tipp für euch. Okay. Ich habe es mittlerweile so, ich hatte das auch, ich kenne absolut dieses Gefühl, aber ich dachte mir so, nach so zwei Jahren, nachdem ich das jetzt so gemacht habe, dachte ich mir so, okay, aber du kannst doch jetzt mal wohl sagen, ey Digga, jetzt machst du diesen Sonntag einfach mal, was du Bock hast, ohne dass du es jetzt mit Arbeit verbindest. Wie ist das? Glaubst du, dieser Tag wird jetzt dein ganzes Leben ruiniert? Und ich denke mir so, nee, das wird schon noch drin liegen, weil, ob es jetzt heute passiert oder einen Tag später ein Video online kommt, macht keinen riesen Unterschied. For real. Es ist ein Tag später. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt, ich gucke mir jetzt Narcos, Staffel 1 bis 3 an einem Tag an. Mir ist scheißegal, ich mache gar nichts, bestelle mir was zu essen und genieße das. Und wenn man schaut, am nächsten Tag, das Video hat immer noch gut funktioniert. Man macht sich so druck. Vielleicht ist es einen Tag vorher doppelt so. Spaß. Vielleicht war es schlimmer gewesen. Es ist einfach so, es ist ein Tag später, ein Tag früher, es macht keinen Unterschied. Ich nehme jetzt manchmal Tage raus und mache einfach, was ich Bock habe. Unterschiedlich mit Arbeit verbinden. Das macht echt Spaß. Auch jetzt Karneval. Ich werde da jetzt, nicht groß was produzieren oder so. Ich werde einfach geilen Spaß haben. Krass. Brieche Bock auf Karneval. Das ist doch so viel Content, Digga. Digga, ich muss das mitnehmen. Ihr seid so scheiße. Du hast ja Karneval, die Karneval beste Monate machen. Ich habe extra einen Kameramann mit der Vlog, no job. Der vloggt alles. Für Karneval? Ja, ja. Ich habe jetzt einen eingestellt ab Februar, der ist komplett nur für mich. Aber ich merke, du gehst aber gern feiern. Ja. Was gibt dir Feiern? Also was ist das? Habe ich gestern nochmal gemerkt, heute Morgen ging es mir so gut, weil ich fand das so geil gestern. Ich bringe auch immer so alle zusammen. Ich bin so einer, ich habe auch so einen Squad und so. War letztes Jahr auf zwei Touren. Ganz viel. Ich bringe so viele Leute zusammen. Und gestern auch wieder, wir waren so in dieser einen VIP-Area und ich habe so gesehen, da sind so vier, da sind drei Mädels, da sind zwei. Eigentlich sind wir alle so eine VIP, aber jeder so für sich. Und ich so, komm. Ich kenne nicht alle. Ich kannte nur John, aber ich hole jetzt alle zusammen, dass wir einfach wie eine coole Gruppe, so andere VIP-Tische waren, so eine coole Gruppe. Und ich dachte mir so, ist doch egal. Dann habe ich zu jedem gegangen. Ich so, komm. Coole Gruppe machen, coole Gruppe machen. Und die kommen alle so und dann waren wir for real halt. Auf einmal so eine coole Gruppe und dann hat man gesehen, wie andere dann auch noch wieder dazu kamen, weil die gesehen haben, oh mein Gott, geil, da macht er erst schon so ein Video, weil das geil aussieht. Und ich denke mir so, krass, weil ich jetzt einfach kurz zu drei Leuten gegangen bin und gesagt habe, coole Gruppe machen, man kennt sich nicht, aber man hat jetzt zusammen Spaß. Und das finde ich, das Party bringt alle so zusammen und es ist egal, wie gerade deine Lebenssituation ist, wie es dir geht, was ist, so in dem Moment ist alles egal. Alle feiern, alle singen und das ist so irgendwie das, was es mir so Party gibt. Ich glaube, Jango ist der extrovertierteste Mensch auf Partys, den ich kenne. Der extrovertierteste? Für mich ist das manchmal anstrengend, weil er einfach jeden... Sag ein Beispiel. Du gehst... Ein Beispiel. So, wenn es jetzt geht, oh, hat er da drüben, ich glaube, der sieht ein bisschen unglücklich aus. Der will jetzt gerade, der will jetzt richtig in die Uhr gelassen werden, wäre Jango der Erste, der rübergeht und sagt so, ey, komm mit uns feiern und er ist ja den ganzen Abend mit uns dabei. Und das ist manchmal so, ich bin da so, Social Anxiety, ich kann das nicht so schnell. Jango ist da direkt offen zu den Leuten, richtig freundlich, also natürlich freundlich, nicht so aggressiv, aber das ist für mich nix. Aber für Jango, das ist halt, er liebt das neue Leute, einfach so kennenländergeist im Club. Aber irgendwo ist das auch eine Superkraft so. Was ich meine? Ja. Gehst du gerne feiern? Übertrieben nicht. Krass. Ich bin der Anti-Jango, würde ich der Meinung. Heftig. Ich bin so richtig so... Aber wir waren letztens zum ersten Mal Techno feiern. Das war ein Erlebnis. Wir waren mit 26 und du warst jetzt 22. Zum ersten Mal Techno feiern in Berlin. Und das war richtig gut. Das war viel besser, als was ich jemals davor erlebt habe. Besser? Viel besser als Hip-Hop und sonst was. Okay, das finde ich krass. Das würde ich nicht sagen. Ich fand das richtig cool. Also wenn du dich jetzt entscheiden könntest, mit uns allen in Pearl in so einen Hip-Hop-Club zu gehen oder Techno feiern, würdest du sagen, du gehst mit den Techno. Ich schwöre Techno. Aber du hörst aber keine Techno-Musik privat? Nee, nie. Ich mag das eigentlich auch gar nicht. Aber da drin war es so, die Leute beim Techno feiern waren so unglaublich freundlich. Es war Platz. So Leute lassen sich Platz, weil die auch wirklich ein bisschen auch manchmal aggressiver tanzen. Lassen sich gegenseitig Platz, war respektvoll. Niemand war jemals aggressiver oder hat dir komische Blicke zugetan. Weißt du, wenn du auch ein bisschen vielleicht komisch tanzt, dich mal nicht bewegst. Du kannst da machen, was du willst und du hast dich nie unwohl gefühlt. Okay. Ja, das ist zumindest eine Sache, die mir auch an... Also ich war eine Zeit lang in der Berliner... In der Hip-Hop-Szene, das ist das falsche Wort. Aber wie gesagt, ich habe ein Rap gemacht und war deswegen einfach in gewissen Kreisen so. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass wenn man feiern geht, dass man oft schnell gejudged wird für... Also zum Beispiel... Genau. Du wirst erst mal gejudged, wie ziehst du dich an? Ja. Dann auch so, wie cool kommst du jetzt rüber so? Und... Weißt du nicht, ich habe auch das Gefühl, alle sind der Meinung, sie sind Drake. Ja, alle machen... Alle sind Drake einfach gerade. Alle sind die krassesten. Und dann ist so einfach, Digga, ich versuche doch nur... Ich versuche doch nur zu chillen, Mann. Also... Du machst dich selber auch Druck, einfach so. Ja. Klang. Ich sage nicht, dass jeder so ist, aber schon viele. Das stimmt. Und wir haben noch vergessen, wir müssen... Shoutout an die Dame von der Garderobe vom Suicide Club, der jetzt irgendwie anders heißt. Suicide Circus Lockschuppen. Weil die meinte, die hört den Podcast. Man muss aber auch dazu sagen, also du sprichst das ja so gut, es war auch alles, die waren auch respektvoll, das war ein bisschen mehr Platz. Aber seit dem Tag habe ich viele neue Drogen gelernt, wie die heißen, was sie sind. Das stimmt auch. Weißt du auch jetzt, wie sie schmecken? Nein. Ohne Gottes Willen. Das darf nicht echt. Das würde ich wahrscheinlich auch abkacken, wenn ich jetzt echt so ein kleiner Koks habe würde, dann würde ich wahrscheinlich merken, oh mein Gott, ich kann noch länger wach bleiben und sowas. Würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber wie obvious, da Drogen genommen werden, das ist sehr, sehr krass. Also wirklich, mehr für drüben. G, G ist ja so, wie nennt man das, Wischwasser oder was, das sie trinken oder so. Das ist wie K.O.-Tropfen, dass die halt in nicht so krasser Form nehmen, das dann halt schallert. Wenn du nur wenig K.O.-Tropfen nimmst, dann bist du nur so ein bisschen. So verdünnt oder was. Ja, genau, so ganz ein bisschen. Und auf Toiletten wirklich zu neun da drin, absolut normal. I know, das war mir auch klar, aber das dann noch mal zu sehen, wie da irgendeiner aus dem Stiefel was rausholt, willst du auch? Und ich denke, ja, laufen alle so. Er so, ja. Aber what the fuck? Es gibt ja auch so Videos vom Berghain und so, also so Dokus, dass es gesagt wird, weil da halt so halt irgendwelche dann einfach Drogen nehmen von irgendwelchen. Eigentlich darf man da keine Drogen verkaufen, aber kriegen die irgendwie hin und die kacken da ab und das wird halt alles so ein bisschen vertuscht und ich finde, das sind halt so absolut harte Drogen, Alter. Wenn du einfach so kuckst, Digga, die neben mir, du warst dabei. Die hat fucking zwei Lions hintereinander einfach so mal weggezogen, als wenn es nix wäre und will noch irgendwer. Als wenn es irgendwie ne Weintraube ist oder so. Das stimmt. Oder Korgummis. Und ich finde sehr, sehr krass. Das finde ich leider, das ist so irgendwie bei Black, da braucht man einen Joint. Ja, aber das Ding ist, dass das auch, aber ich glaube, da merkst du es sogar noch weniger, weil die das nicht so öffentlich machen können, aber das passiert schon. Passiert schon, natürlich, aber es ist so, ja, du kriegst davon nicht viel mit, das ist eher weniger, da braucht man einen Joint oder so. Und diesen Technofeiern ist wirklich Wahnsinn. Weißt du selber, warst du auch schon mal Technofeiern? Ich war schon mal Technofeiern, war halt auch nicht so mega meins, aber ja, ich bin auch nicht so into drugs. Aber dann ist das Fazit einfach Technofeiern super, safe, und freundlich. Aber der Drogenkonsum auf Techno-Partys ist vielleicht ein bisschen too much, wirklich. Und man kann auch ohne wirklich Spaß haben, weil ich war echt irgendwann drin, so nach zwei Stunden, ich war da bis 6.30 Uhr, das hat echt, ich war da voll im Film, ist zwar das gleiche Lied, sechs Stunden, also kann mir keiner sagen, dass es da irgendwie einen Hook gibt oder so. No joke. Der nächste, auf einmal war DJ wechselnd. Ja krass, läuft das gleiche wie eben. Nee, for real, der ist krass. Das kannst du nicht mehr. Also wer Techno-DJ ist, hat das Ding gedribbelt. Der nimmt vier Akkorde und lupt die auf sechs Minuten und hat ein Lied gemacht. Das stimmt, das ist true. Ja, das traf ich nicht. Wahnsinn. Aber zu gestern, das wollte ich dir auch erzählen. Na okay. Wir waren gestern im Pearl und dann, weil gab es halt auch, wir hatten alle mitgenommen, wir wollten so ein bisschen Geburtstag vorfeiern, I guess. Dann, ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren, hab nachts getrunken, fahr los, wirft ein Mädchen ihr Handy vor mein Auto. Wow. Ja. Und dann mach ich so Vollbremsung, ich rutsche fast drüber, mach Fenster runter, hab gefragt, bin ich gerade über dein Handy gefahren? Ich so, nee, 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 aber Frage, kannst du uns kurz mitnehmen? Perfekt. Ich war so ein bisschen schockiert, also warum? Warum wollt ihr denn? Sie waren so drei Mädchen, die hatten halt nur Kleid an, die hatten keine Jacke und so. Waren die süß? Ja. Okay, sehr weiter. Aber dann haben sie gesagt, können sie uns mitnehmen zum Hotel? Warum? Uber oder so? Nee, können wir nicht? Sag nicht, du hast sie mitgenommen. Doch. Wie einfach du beeinflusst, was denn? So fängt die schlimmste Story an. Ich dachte, das ist eine gute Tat. Das sind kriminelle Storys, die so ankommen. Hättet ihr die nicht mitgenommen? Ja, auf gar keinen Fall. Besonders du noch, der ein bisschen bekannt ist und so. Stell dir mal vor, die hat ihnen gesagt, der hat uns angefasst im Auto. Drei gegen ein. Hedda war dabei. Der ist auf dem Beifahrer. Drei gegen zwei dann. Achso, du warst nicht alleine. Nee, Hedda wollte ich auch nach Hause fahren, daneben hatte ich noch drei Plätze frei. Da dachte ich mir so, es liegt auf dem Weg, die haben das Hotel gesagt, es liegt auf dem Weg. Was schadet es denn? Was soll mich jetzt drei Frauen überwältigen und töten? Okay. Ich glaube, ich könnte mich noch wehren, einigermaßen. Aber irgendwas ist da jetzt noch passiert, oder? Ja, dann nehme ich die mit und dann, ich so, woher kommt ihr denn? Ja, aus Berlin. Hey, warum wollt ihr denn in ein Hotel? Und ich so, wir holen in Rhein-Neckendorf. Das ist so richtig weit weg. Ich so, okay. Wo wart ihr denn gerade? Wir waren in Pearl feiern. Ich so, okay. Also ihr habt genug Geld, um feiern zu gehen, ein Hotel zu nehmen, aber für eineinhalb Kilometer Uber hat es heute nicht mehr gereicht. Und die waren so, ja, dafür weigern wir uns zu zahlen. Hä? Das war so, diese Aufteilung von Geld an diesem Abend war ganz, ganz falsch. Dieses Risiko, bei irgendeinem Fremden einzusteigen, ihr habt das ganz, ganz falsch eingeteilt. Aber vor allem auch, das Handy zu riskieren. das habe ich eh nicht verstanden. Das wäre doch viel mehr Minus, wenn ich da drüber gefahren wäre und wenn es kaputt gegangen wäre. Auf jeden Fall, wenn ihr das seht, macht das nicht nochmal oder fragt einfach, ohne das Handy zu werfen. Das ist ja mein Fazit gewesen. Hast du Insta von denen? Nee, aber vielleicht sehen die das jetzt, das wäre ja ganz lustig, wenn die das sehen. Ja, wenn du durch. Ja, aber hey, die hat einfach ihr Handy vor meinem Auto gebraucht. Schreibt mal, weil wir nicht blöd sind, sondern schlau, habe ich zehn Allgemeinwissen Fragen vorbereitet. Perfekt, weil ich habe auch welche für dich vorbereitet. Nein. Ich habe nämlich gesehen, dass sie das macht. Nein. Oh mein Gott, nein, das geht nicht. Dann lass ihn gegen uns, dann machen wir zwar die andere. Ich mache meine dann aber auch gleich. Es funktioniert nicht, weil ich bin jetzt als erstes dran. Oh nein. Frage Nummer eins. Nein. Was ist, das ist jetzt für dich, Tejanko, was ist die Hauptstadt der USA? Ui. Washington DC. Ja. Alter Mann, ich bin aber echt schlecht in sowas. Habt ihr aber Glück gehabt. War richtig. Ja, okay. Oh Mann, Alter. Hat er einfach den Schießungen gedreht. Das hat mich jetzt echt erwischt. Hast du dich echt informiert, was wir für Clips haben? Informiert ist übertrieben. Du hast einen Clip gesehen. Du hast ja jemanden angestellt, hast gerade kurz gesagt, du sollst mal den Podcast hören. Bitte hört alles durch. Ich muss zugeben, auch bevor ich hierher kam, kannte ich gar nicht so mega viel von euch. Und auch witzig so, also wir kennen uns ja eigentlich, also ohne Witz, ich kenne dich eigentlich eher durch so, weil wir uns privat gesehen haben. Ich kenne auch Videos von dir, aber ich war gar nicht so sehr into it, weil ich generell auch gar nicht so sehr in der deutschen Influencer-Szene so mega drin bin. Ja, deswegen musste ich mich erst mal informieren. Okay. Wie hast du die Fragen ausgesucht? Online? Ist es so eine Seite oder ist es ChatGBT? Ich bin noch oldschool und hab meinen Kopf benutzt. Was? Das geht? Das ist mir aber echt aufgefallen. Ich, Digga, wenn ich irgendwas, ich frag den alles. Ich red so manchmal so drei Stunden mit ChatGBT. Ich mach gar nichts mehr. Aber mach mal. Frage Nummer zwei. Wer ist der Vizepräsident der USA? Nein, das ist eine Frau. Das ist eine Trickfrage. Ja, siehst du? Ja, wer? Ja. Ey, sowas wüsste ich auch nicht. Ich, äh, ich mein, war es mit Nunez vielleicht? Hillary Clinton. Nee. Hillary Clinton. Aber das zählt schon mal. Hillary Clinton. Das war eine Trickfrage. Ich kann die nicht beantworten, weil es kein Vizepräsident ist. Präsidentin. Also warte, du sagst, hast du jetzt gerade gender assumed? Du sagst nicht Hillary Clinton. Nein. Ich sag das. Das ist eben, das ist auch eben eine lateinamerikanische Präsidentin. Ich sag Clinton. Das war auch die erste, meinte ich doch. Die erste Präsidentin. Ja, ich will jetzt einen Namen hören. Ich kenne einen Namen nicht. Achso, okay. Ich hab irgendwas mit Nunez. Kamala Harris. Ja, hätte man drauf kommen können eigentlich. Malzmaul. Frage Nummer drei. Ist keine so richtige Frage, sondern mehr eine Aufgabe. Bist du bereit? Nenne mir zehn Buchtitel. Harry Potter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Smart. Harry Potter. Okay. Kriegst Tagebuch. Zwei Kinderbücher jetzt schon. Buch ist Buch. Faust. Faust zwei. Geht das? Er hat ja zwei Akte oder nicht? I guess zählt. Okay, warte. Pipi Langstrumpf. Es gibt von allen Filmen. Bücher ist mir egal. Warte. Die Reise. Das Café am Rande der Welt. Jetzt ratest du auch einfach. Der Duden. Der Duden. Was lacht ihr? Was ist doch? Ey, ohne Spaß. Ich finde das voll smart von dir. Ohne Spaß. Ich trinke euch. Ich habe ausgetrinkt. Telefonbuch. Das örtliche Telefonbuch. Sieben schon oder so. Hast du gerade gesagt, das Telefonbuch? Ja. Okay, lass ich gehen. Lass ich gehen. Ja. Junge Mann. Stefano Zarella Kochbuch. Ja. Ja, klar. Der Henssler Kochbuch und Rosin, Frank Rosin Kochbuch. Jawohl. Heißt es einfach so, Frank Rosin Kochbuch. Ja, das ist bestimmt. Gehe ich mal von aus. Heißt du oder nicht? Batman, Superman, Catwoman, Avengers. Gibt es auch Bücher von Comics. Spider-Man. So, jetzt habe ich dich aber. Spider-Man. Das Buch. Okay, okay. Lass mich gelten. Ey, da bin ich echt gar nicht so drin, aber in dieser Wappel. Ich habe drei Bücher in meinem Leben gelesen. Easy, Mann. Das war es auch. Ich habe mehr Fragen habe ich dich vorbereitet. Nein, was? Junge, zwei für mich, eine für ihn. So, ich bin der Profi da drin. Man nennt mich auch Günther Jauch. Du darfst nicht gucken. Warum guckst du? Warum meine Augen offen sind? Einmal Schenk schon schauen, wer anfängt. Das heißt, schere ich dein Papier. Wo ist der Unterschied? Schenk. Schenk, schang, schong. Schenk, schang, schong. Schenk, schang, schong. Jawohl, okay. Für die, die gehören, ich habe gewonnen. Willst du anfangen oder soll er anfangen? Du darfst entscheiden. Wie Stefan Rabes da dann. Ich fange an. Du fange an. Frage 1. Welche Farbe hat das Blut eines Hummers? Habe ich, glaube ich, letztens mal gesehen. Wenn er nicht weiß, darfst du, dürftest du. Also, wenn er falsch hat, kriege ich vier Optionen? Du kriegst keine Optionen. Digga, was? Ich dachte, du bist Günther Jauch. Wo bleibt der 50-40? Wenn er jetzt, nee, das kann man so wissen. Pink. Pink sagst du? Leider falsch. Ich bin ehrlich, ich weiß überhaupt nicht weiß. Hast du weiß gesagt? Nein. Doch, hat er. Nein, habe ich nicht. Hat weiß gesagt, ist eingelockt. Weiß, ja. Weiß ist falsch. Es wäre blau. Aufgrund des hohen Kupfergehalts in ihrem Blut. Naja. Zweite Frage an dich. Wie lange dauerte der kürzeste Krieg in der Geschichte? Fünf Minuten. Ja. Das ist falsch. Zwei Minuten dreißig. Auch falsch. Was denn? Der Anglo-Zanzibar-Krieg dauerte zwischen 38 und 45 Minuten. Er ist bekannt als der kürzeste Krieg in der Geschichte und endete schnell nach britischen Marienangriffen im Jahr 1896. Aber egal, weiter geht's. Frage drei an Julie. Jo. Was ist das Nationaltier von Schottland? Das Nationaltier? Ja. Was weißt du das jetzt, oder was? Findest du das einfach? Bro, natürlich nicht. Ein Gewählt wegen seiner Verbindung mit Adel, Reinheit sowie seiner Tapferkeit und Stärke in der keltischen Mythologie. Ich hätte gesagt, ein Adler. Ist falsch. Der Wolf? Nee. Es ist das Einhorn. Halt das Maul. Ja. Das existiert nicht. Hat Schottland als Nationaltier? Och, Digga. In welchem Land befindet sich die Stadt Batman? Beziehungsweise wirklich geschrieben wie Batman. Ich bin dran, ne? Ja. Türkei. Das ist richtig. Batman ist eine Stadt sowie eine Provinz im Südosten des Landes benannt nach dem Fluss Batman. Cool. Wusstest du das? Ist das so Slumdog-Millionär, das so irgendwie mit acht Jahren irgendwie... Bin ich in einen Batman reingefallen, ja. Sehr geil. Fünf. Juli. Welches Land hat einen Vogel als Nationaltier, der nicht fliegen kann? Ich weiß nicht. Kannst du sagen, der Kiwi ist ein Nachtaktiv. Äh, Neuseeland. Das ist richtig. Ja. Hättest du das mal... Ja, okay. Ich wollte das Ziel noch erst draufhören, aber ich hätte es gewusst. Hättest du sonst nicht gewusst? Doch, doch. Okay. Aber ich war schon. Sechs. Welches Land ist bekannt als das Land der tausend Seen? Der tausend Seen? Mit über 180.000 Seen ist eines der sehenreichesten Länder der Welt. Die Schweiz? Nee, keine Ahnung. Die Schweiz? So ein kleines Land? Deswegen eigentlich nicht. Aber die Schweiz hat vor viele... Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. 180.000... 180.000? 180.000 Seen. Geisteskrank, ne? Mehr Einwohner. Nein. Jeder kriegt seinen eigenen See. Jeder, der da wohnt, hat einen eigenen. Okay, warte. Wo gäbe es viele Seen? Okay, China? Nee. Okay. Weißt du es? Schweiz. Nee, Schweiz ist falsch. Das wusste ich sagen. Es ist Finnland. Verrückt, ne? 180.000. Ja, weil die haben halt, also stecken wir jetzt, die haben ja auch viel Berge und dann auch Gletscher. Dann entstehen ja auch wirklich einfach viel See. Ah. Müsste ja sein so. Super boring. Welche Frucht wurde aufgrund ihrer Seltenheit im 18. Jahrhundert als Statussymbol angesehen? Könnte man vielleicht sogar drauf kommen. Ich sag nochmal. Welche Frucht wurde aufgrund ihrer Seltenheit im 18. Jahrhundert als Statussymbol angesehen? Ihre Seltenheit und der damit verbundene Luxus machten sie zum Symbol für Reichtum in Europa. Würden wir jetzt nicht sagen wie Kartoffel. Würdest du nicht sagen? Weil das war das Bauernessen. Mhm. Ein Apfel könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach so. Wenn der Apfel fertig ist, sieht das ziemlich schön aus. Aber Seltenheit. Magst du was einloggen? Eine Weintraube? War eigentlich nicht so selten. Eine Weintraube war ja generell schon ein großes Gruß. Das ist richtig. Wo ist gut? Nee, ist falsch. Oh, Wichser. Boah, selten in Europa. Irgendwas, was vielleicht sogar nicht aus Europa kommt. Aber es wäre komisch, dann das, weiß ich nicht. Litchies. Riskiere. Die Banane. Ist falsch. Es ist die Ananas. Oh. Was ich auf jeden Fall richtig feiere, ist sein Lächeln, wenn wir es immer falsch kriegen. Obwohl er selbst so keine Ahnung hat. Deswegen liebe ich dieses Spiel, wenn ich das selber moderieren darf. Ich habe es auch richtig gemerkt, dass du das so cool findest. Deswegen habe ich die anderen Fragen vorbereitet. Okay, weiter. Wir haben noch ein paar. Acht. Wie viele gibt es? Zehn insgesamt. Ne, zwölf. Zwölf. Für jeden sechs. Wer war dran? Ich. Ja. Ja, du wartest. Stimmt, du warst dran, ne? Welches Gebäude war das erste, das die Höhe von tausend Fuß überschritt? Wie viel sind tausend Fuß? Mr. Amerika? Ja, so circa 300 Meter, aber auch nur so ungefähr. Schönes Ding. Ist in New York gewesen. Ich meinte, ich hätte sogar einen guten Pick. Rockefeller Center? Falsch. Oh, hatte ich auch gesagt sogar. Gut, dass du das gesagt hast, dann kann ich jetzt das andere sagen. Wahnsinn. Die Freiheitsstatue könnte es sein, weil es wurde nach dem Krieg eigentlich. Ah, interessant. Befreiung? Lock einloggen. Freiheitsstatue. Es wäre Chrysler Building gewesen. Nein. Scheiße, schade. Sag sogar. Hä, ist das so klein? Krass. Ja, zu der Zeit, ne? Das war 1930. Wie viele Monde hat der Planet Venus? Neun. Ist falsch. Acht. Auch falsch. Was denn? Venus hat keine Monde, was sie neben Merkur zu einem der Planeten ohne natürliche Satelliten im Sonnensystem macht. Ausgetrickst. Will uns verarschen einfach. Einfach ausgetrickst, ne? Okay, ja, geil. Was war das erste Objekt, das vom Menschen ins Weltall geschickt wurde? Das erste Objekt, was vom Weltall... Ein Tesla von Elon Musk. Das war das zweite, glaube ich. Aber das erste war, glaube ich, nochmal ein anderes. Sag mal die Frage nochmal. Was war das erste Objekt, das vom Menschen ins Weltall geschickt wurde? Was heißt geschickt? Weißt du, was ich meine? Und was heißt Weltall? Das ist, glaube ich, wichtig zu klären. Die Hafe. Da, wo Weltall beginnt. Streng genommen befindet sich die Erde auch im Weltall. Weißt du, was ich meine? So, das heißt eigentlich... Boah, jetzt wird du zurück ausgetrickt. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Aber so krass ist die Frage nicht. Nein, das war nur Witz. Das war nur Spaß, war nur Spaß. Der erste künstliche Satellit markierte 1957 den Beginn des Raumfahrtzeitalters. Aber wie hieß der? Also ein Name. Das ist auf jeden Fall ein Satellit gewesen. Wäre auch random, wenn es echt ein Tesla oder so gewesen wäre und nicht ein Satellit. Wäre echt verloren. Aber wie hieß der? Schreibt ihr einen Namen? Wisst ihr noch irgendwie, wie Satelliten hießen? Irgendwelche Satellitennamen? Kannst du ein Anfangsbuchstaben sein? Ähm, S. SP. Erst beim Buchstaben. Ja, keine Ahnung, man. Space. Chip. Chip. Es war... Es war das Butnik 1. Ah, das war das, was ich als nächstes sagen wollte. Welches Tier hat die längste Schwangerschaftsdauer? Julie. Blauwahl? Falsch. Du? Dessen Tragzeit bis zu 22 Monate betragen kann. Schisch. Wer hat so viel Zeit? So musst du an die Frage rangehen vielleicht. Wer lebt so lange? Wer würde sich die Zeit nehmen dafür? Und wer kann sich sowas leisten? Ist ja auch teuer. Und so ein Baby für 22 Monate. Ja, voll. Du musst auch für zwei Leute immer essen dann für 22 Monate. Ja. Unterhaltskosten. Elefant? Das ist richtig. Halt's Maul. Let's go! Der afrikanische Elefant ist es. Ich fass es nicht. Letzte Frage an dich, weil er hat es ja falsch verstanden. Achso. Ja, du bist jetzt wieder da. Welches ist das einzige Land, das von einem neuen Kontinent aus regiert wurde? Nochmal. Welches ist das einzige Land, das von einem neuen Kontinent aus regiert wurde? Das macht gar keinen Sinn. Ein Land, was von einem neuen Kontinent aus regiert wurde? Der Erste, der es beantwortet, gewinnt alles. Warte mal. Was bedeutet denn ein neuer Kontinent? Äh, Australien. Richtig. Ja, macht ja Sinn. Er wurde von England aus regiert. Aber warum das von einem neuen, weil ich hatte auch Australien im Kopf, also wirklich jetzt, aber du gewinnst es trotzdem. Ich hätte das dann auch immer gesagt. Aber, aber, ähm. Nee, aber warum ist es denn ein neuer Kontinent? Australien das erste Land, das offiziell von einem als Kontinent betrachteten Landmaß aus regiert wird, seit seiner Föderation im Jahr 1901. Vielleicht, weil Australien selber als neuer Kontinent gilt, neues Land und Kontinent zugleich. Genau. Ja, aber warum, warum wird Australien von einem neuen Kontinent aus regiert? Weil Australien wird von Australien regiert, aber Australien ist zeitgleich auch damit ein neuer Kontinent. Super Rümpel. Ach so. Dann habe ich, ja, okay, ich verstehe. Dann habe ich die Frage gar nicht verstanden. Krass. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil den Leuten, ah, die Memos von da, ne? Den Leuten ist immer schon ein Schlimmeres passiert. Was? Weil ich habe die Leute auf Instagram gefragt, ich frage die immer ein paar Sachen und die sollten mir diesmal Sachen sagen, die ihre Eltern nicht wissen. Oh. Und das bleibt natürlich anonym. Deswegen Shoutout an Leonie. Spaß, sie heißt nicht so. Und wir hören uns das jetzt einmal an. Hey Django, hey Julie und wer auch immer heute dabei ist. Was geht? Das Schlimmste, was ich je gemacht habe, was meine Eltern nicht von mir wissen, ist, dass ich mir mit 17 in Polen ein Tattoo bestechen lassen. Geht noch. Mit einer Freundin zusammen. Ja. Das war sehr lustig. Es hat 40 Euro gekostet und ist so ein kleiner Elefant am Fuß. Ja. Und sie haben nicht mal nach einer Perse gefragt. Und es ist schrecklich geworden. Aber wir haben ein Tattoo. Wir sind rebellisch. Wir waren übrigens nicht einfach so in Polen, so urlaubsmäßig, sondern es war auf Studienfahrt in Auschwitz. Ja, und dann haben wir uns in Auschwitz tätowieren lassen. Wir zwei, kurz bevor wir wieder nach Hause mussten. Also so eine Stunde, bevor wir abgefahren sind. Ich habe mal eine Frage. Frag es nicht. Wie kommt man in Auschwitz auf einen Elefant? Achso, das fragst du. Wo war der Zusammenhang? Okay. Krasser Bebo. Ja, ich habe, viele haben noch geschrieben dann so, wir schauen mal, was sie so haben, dass ich mit 14 eine Nacht lang alleine draußen war, weil mein damaliger Crush mich nicht bei ihnen schlafen lassen wollte. Er meinte, er lässt Handy an, falls was ist. Er hat es ausgemacht. Und ich kam auch nicht mehr nach Hause. Das ist ziemlich unspektakulär. Das Schlimmste, was meine Eltern über mich nicht wissen dürfen, ist, dass ich meine Ex-Freunden in deren Bett krank bearbeitet habe. Dicker. Oh nein. Es wird sehr peinlich, aber zum Glück kennen meine Eltern den Podcast nicht. Also, ich habe mit meiner kleinen Schwester einen Eid geschworen, dass, wenn der eine etwas Verbotenes tut, der andere nicht petzt. Wenn doch, gibt es eine Strafe. Seitdem nehme ich meine Schwester wieder gerne mit, zu treffen mit Freunden. Mit so komischen Smileys. Oh, weia. Ich glaube, es geht einfach nur, oh, also nee. Es geht einfach nur, glaube ich, darum, dass sie dann so, wenn die da so irgendwie eine Shisha rauchen, dass das dann nicht gepetzt wird, glaube ich. Also, das Schlimmste, was meine Eltern nicht über mich wissen, das war eigentlich so der Klassiker. Ja, halt, dass ich abends mal kiffe und dass ich auch so ungefähr, ich würde mal sagen, 20 Gramm Wheat einfach zu Hause liegen habe. Leute, nehmt keine Drogen. Unglaublich. Hast du das? Hast du irgendwas, das fragen wir eigentlich auch oft, sag mal das wahrscheinlich gestellt, etwas, was deine Eltern nicht über dich wissen? Was meine Eltern nicht über mich wissen? Das ist viele gefragt. Hast du mal in der Kindheit irgendwas verbrochen, was dich nie rausgestellt hat? Tschüss. Alter, Geister. Alter. Junge. Das Ding ist, boah, voll die lame Antwort. Nein. Also, nein. Wir wissen alles? Ja, weil ich war voll das Muttersöhnchen so. Oh nein. Ja, das ist eigentlich fast schlimmer als jede Antwort, die ich bringen könnte. Warte, ich überlege kurz. Na, Digga, nein, eigentlich nicht. Das ist voll lame. Das ist so schade. Das ist so schade. Das ist eigentlich so, das ist richtig uncool. Vielleicht kannst du nochmal, also du kannst ja jetzt die nächsten Tage ein bisschen reflektieren und dann dir vielleicht was überlegen, dass du was machst und dass das dann nicht deinen Eltern erzählst. Oh, gute Idee. Das kannst du dir einfach mal vornehmen. Also, bestimmt habe ich schon, also im Erwachsenenalter habe ich irgendwas gemacht, was meine Eltern bestimmt wissen. Das zählt auch. Ach, das zählt auch? Ja, gut. Also, jetzt nicht so, ich war gestern mit meiner Freundin, was erinnern. Ich habe das Essen und ich habe das Milch meiner Mama. Meine Mama weiß das nicht. Oh shit. Boah, ich habe eine Antwort, aber das kann ich nicht, nee, das kann ich nicht sagen. Sag. Okay, ich sage es, aber es ist nicht cool. Bist du bereit? Natürlich. Ich bin trauriger, als man denkt. Hm. Ah, das ist, ja, das ist auch eine scheiß Antwort. Das ist eine scheiß Antwort. Das ist auch trauriger. Egal. Heute feiern, wo vorsaufen. Scheiße. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich auch. Ja. Ich glaube, man denkt sich sogar. Ich habe es mir gedacht. Ja. Ja, du bist aber auch nicht blöd, oder? Also, ich glaube, du bist schon echt smart. Hast du mal dein IQ getestet? Nee. Glaubst du, bist du smart oder bist du schon smart, oder? Ich glaube, nicht wirklich. Ich glaube, ich kann so, also das sage ich öfters, ich kann so drei Sachen im Leben gut und den Rest kann ich gar nicht. Was sind die drei Sachen? So, das, was ich hier gerade mache. So Filmstuff, so Musikstuff und so meine Videosachen und so den restlichen Stuff im Leben kriege ich so überhaupt gar nicht hin. So wirklich so. Also, ich frage mich manchmal, wie Leute funktionieren. Das ist eine gute Frage. Was glaubt ihr, also viele messen ja Intelligenz an jetzt so Allgemeinwissen oder sowas, aber ich finde, Intelligenz hat viel mehr auch damit zu tun, keine Ahnung, so deine emotionales Verständnis von Menschen, Empathie und so. Also, wie würdet ihr sagen, was ist jetzt so euer Ausschlag, was? Es gibt IQ, gibt's ja. Ja. Und es gibt auch EQ, dein emotionaler Quotient. Ja. Und ich war vor vier Tagen mit einer, die hat einen sehr hohen IQ. Ja. Und sie sagt, das hast du auch gemerkt, wenn du mit ihr redest, weil jedes Mal wirklich die, ist nicht so ein Mensch, also das war voll geil, weil sie hat auch, wenn sie so Sachen sagt, die kann so gut so, weißt du, sie ist auch empathisch, also sie konnte sich gut in Situationen hineinversetzen, die ich gesagt habe, konnte gute Argumente liefern immer. Also, es ist voll krass, mit einem Menschen zu reden, der echt einen hohen IQ hatte. Ich glaube, ich bin jetzt nicht hochbegabt, also sie hat schon über 128, meinte sie. Wie auch immer, man kann so einen Test ja machen. Normal ist man jetzt so zwischen 100 rum, 95 bis 110. Genau. Und es gibt auch EQ, emotionaler Quotient. Nur weil du es mal ist, gibt ja voll viele, die hochbegabt sind, aber so voll nicht im Leben klarkommen, weil die nicht mit Menschen so awkward sind, weil das ist halt, wenn du einen schlechten EQ hast. Das klingt nach mir. Ja? Ja, das klingt nach mir. Nee, dann habe ich eine EQ von vier oder so. Krass. Aber warst du dann in der Schule gut? Eigentlich bist du in der Schule gut gewesen, oder? Du warst krass, ne? Huuu, Bro. Nein, ich war normal. Hast du Abi? Ja. Okay. Ja, aber doch, war ein ganz guter Schüler. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht zwingt, was mit Intelligenz zu tun hat. Genau, das war dann die nächste, weil eigentlich, guck mal, es gibt ja Leute, die können richtig schlau sein, aber die haben richtig Bange vor Tests. Schulsystem, wie wir es gerade haben, du musst Tests machen, du kannst es nicht, aber bist richtig schlau, Digga, du kriegst einfach kein Abi zum Beispiel, das ist schon hart. Das ist, wir müssen das echt mal ändern, also das verlangst echt mal Zeit. Dass wir ein neues System auf die Kette kriegen, kann ja nicht sein, dass wir, Digga, wir haben so viel Technologie und wir kriegen das nicht dahinter, unser fucking Schulsystem seit 80 Jahren zu ändern. Ja, ich glaube, was du meinst. Also ich glaube, ich glaube, das, was man in der Schule oder was mir die Schule am meisten gebracht hat, war zu lernen, wie man lernt. Also und damit meine ich so zu lernen, das ist ja auch das Ding, du lernst nicht wirklich, wie man lernt, sondern du lernst, wie du lange Zeit an etwas arbeitest, ohne dich ablenken zu lassen. Das ist so das Hauptding, was ich von der Schule mitgenommen habe, bin ich der Meinung. Weil ich war auch einer von diesen Leuten, die so richtig gerne so aus dem Fenster geguckt haben und so. Und genau, das ist so der eine Skill und so Mathe und so. Natürlich, hier gibt es auch schon viel, was man da lernt, aber ich meine, ich glaube aber, einen krassen Abschluss zu machen, in erster Linie, hat ja viel mit auswendig lernen zu tun. Das ist so eine universelle Sprache. Habt ihr das Video gesehen, das Meme von dem Mädchen, das versucht zu lernen, aber du verstehst fast kein Wort, weil sie einfach nur weint. Ja, ja. Das hast du bestimmt gesehen. Niki, ich kenn sie. Echt? Ja, ja. Weißt du, dass das Video fucking international wäre. 32 Millionen oder so. Nicht nur auf TikTok, das war auf Meme-Seiten. Wir sind befreundet. Das war überall auf der Welt. Das kannst du einfach einblenden, Stan, dann wissen die, von was wir reden. Das ist so abgegangen, aber das auch, egal was sie gesagt hat, sie hätte Deutsch reden können. Jeder hat genau gecheckt, in welcher Situation sie sich gerade befindet. Tag davor, Test. 32,5 Millionen Views. Ich hab morgen eine Klassenarbeit und ich lerne gerade und ich krieg das nicht in meinen Kopf, weil ich schenke das nicht. Und ich hab zwei unterschiedliche Sachen an und ich weiß nie, was ich mit meinem Leben habe. Warum soll ich das so schmack gehen? Das hat 129.000 Kommis nur. 5,2 Millionen Likes. Einer schreibt, no clue what she's saying, but at the same time I know exactly what she's saying. Ja, genau das. Digga, so viele krasse. Julie hat mit 26.000 Likes in Komma. Was? Kommentar. Die bittere Realität hast du kommentiert. 26.900 Likes. Ich kann nicht mehr. What the fuck? It's real. Alle checken das halt, was sie sagt. Das ist krass. Und die hat jetzt 160k Abos. Und ihr Top-Hashtag, was sie immer benutzt ist, Hashtag unterschiedliche Socken. Ich liebe Gänse, Blümchen und Jesus. Digga, das Internet ist so geil. Niki, wenn du Podcast kommen willst, dann kannst du kommen. Oder? Ja, okay. Wenn du das sagst. Soll sie kommen? Die darf dann auch bei euch kommen. Okay. Weil wir haben ja die gleichen Zuschauer und so. Verstehe, verstehe, verstehe. Das macht ja Sinn. Okay, unbedingt. Unbedingt da. Bissensmäßig. Ja, voll. Krass. Aber, weil wir ja alle auch cool sind, drücken wir jetzt jedes Mal, das bringe ich jetzt neu rein, ab heute, die Kiwi des Schicksals. Was ist das denn? Was ist das? Was ist die Kiwi des Schicksals? Es ist das Schein der App zu sein, auf der eine Kiwi abgebildet ist. Nee, weil ich kenne das. Ich habe das bei Freunden gesehen. Du darfst sie jetzt als erstes drücken. Man darf auch wirklich nur einmal drücken. Weil immer so, oh lass mich nochmal. Und da kommt so. Ja, bitte. Ist das eine App, wo dir dein Schicksal und so ein Rohskob zeigt? Kiwi des Schicksals. Ich sag dir dein Schicksal. Ein Satz, irgendwas. Manchmal steht da auch einfach, was gerade so in deinem Leben abgeht, das weiß sie. Okay, bist du ready? Ich wurde ready geboren. Bist du bereit? Das war der beste Sound. Okay, dein Schicksal? Du musst es nur wollen. Du musst es nur wollen. Okay, Julie? Schreib das ganz gut. Pass das, pass das. Lass mal erst mal drüber reden. Ja, wie geht es dir mit dieser Message? Passt das zu deiner Lebenssituation? Boah, Leute. Schon, ne? Voll. Aber mit Sternchen, die Aussage ist so vage, dass das fast überall hinzutrifft. Das ist das Problem. Die App ist schon gut gemacht. Die ist auch gratis. Ich glaub, die hat Werbung unten. Die machen schon ihre Rags damit, aber. Drei, zwei, eins. Dein Schicksal. Schmerz geht vorbei. Stolz bleibt für immer. Super cool. Ich muss es mal kurz processieren. Ich check's nicht. Schmerz, was? Schmerz geht vorbei? Schmerz geht vorbei. Stolz bleibt für immer. Müsst du nicht Trauer? Trauer? Ne. Ja, doch, macht schon Sinn. Ich check's nicht. Haben die das ja verschrieben? Kann das sein? Nein. Wollen wir denen mal schreiben? Ja, lass mal einen schlechten Review da. Das Shitstorm starten. Probier du mal, ob... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hab's regelmäßig gemacht. Das hat mir geholfen, wirklich. Du hast es regelmäßig gemacht? Ja. Also es ist nicht deine erste Kiwi? Nein. Also man kann es schon so mal einmal im Monat machen, einmal in der Woche. Achso, das sind so die Regeln, die du dir jetzt auf einmal ausgedacht hast. Come on. Gerade eben sagt er... Okay, go, go, go. Lass deine eigene App mal, so die Ananas des Vertrauens. Und dann machen wir da so... Schlachte sie weg. Nein, Spaß. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Krass. Was? Wirklich krass. Nein, for real. Was, 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 was? Also, es wäre heute... Ja, ach nee. Nein, nein, nein. Ich erklär sofort noch was. Okay, erklär, 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 erklär. Ich lese nochmal vor. Ja. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und damit sage ich jetzt zum Beispiel so Sachen wie... Ja. Fuck. So zum Beispiel meine Ex-Freunde vor fünf Jahren oder so hat voll reingeschissen und 2018 oder so hat wie voll... Da war ich voll sad und voll heartbroken und alles war kacke. Und es war die beschissenste Zeit meines Lebens vielleicht. Ja. Aber so wäre das nicht gewesen, wäre es jetzt nicht, wie es war. So irgendwie auch dankbar für so beschissene Sachen, die passiert sind. Ich hab eins, das... Also man kann das natürlich auf sich selber reflektieren. Ich weiß, das ist ja allgemein so ein sehr banal manchmal, aber... Ich hab eins in anderen Worten. Und das ist, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, weil es nicht die Zukunft ist. Das ist deine Message. Ja, komm mal, das zieht sich dein Lächerliche. Das ist scheiße. Also Sachen sind so, wie sie sind, weil Sachen vorher passiert sind. Das ist so, das was eigentlich... Ich mach das nie wieder. Wir hören auf mit Kiwi, das Schicksal. Das ist so scheiße von euch. Was? Das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, was es dir, glaube ich, bringen kann... Er sucht sich schon eine neue App. Gibt es auch bessere, mit besseren Reviews. Ich hab jetzt runtergeladen. Die magische Miesmuschel. Die magische Miesmuschel. Okay, das ist heftig. Was sollen wir fragen? Frag. Die Musik auch noch. Es geht nur ja oder nein, ne? Ja, nur ja, nein. Machen wir ohne Musik, falls das Copyright ist. Ah ja, er hat recht. Stimmt. Das ist von Universal wahrscheinlich deshalb. Okay, nur ja oder nein. Bringt die magische Kiwi etwas. Probier mal. Probier mal. Okay, warte, warte, ich muss kurz überlegen. Das ist voll die wichtige Frage. Du weißt, die erste magische Miesmuschel-Frage. Ich wusste, dass einer das falsch ausstellt hat. Miesmuschel. Magische Miesmuschel. Okay. Wir wollen erst fragen. Der Sound, der Sound. Ach so, ach so. Aber ich hab die Frage noch nicht. Ich muss ihm Worte fassen. Der stellt die Frage erst danach. Der Sound. Ja, ich weiß nicht, ob die redet. Ja, dann schreib, dann liest du es vor. Ja, okay. Okay. Stimmt. Ist Cenkow ein guter Mensch? Das klingt gut! Bruder! Ist Juli ein guter Mensch? Ja, bitte. Ja, bitte? Ja, okay. Scheiße, jetzt ist ich Copyright. Zwei von drei. Ja, jetzt. Ja, nee. Lass es lieber, lass es lieber. Ist J cool? Aber hallo? Kann der auch was anderes? Sollen wir heute alle richtig fett saufen gehen? Was für ein Unfug. Oh, das will ich fragen. Guck mal, was hältst du davon? Mach mal kurz aus. Das ist Eduard, unser lieber Freund, der hat sich Würfel gekauft. Wenn der wichtige Entscheidungen in seinem Leben trifft, würfelt er die aus. Ja. Was hältst du davon? Voll die gute Idee. Warum? Warte, es ist voll die gute Idee, wenn du dich nicht entscheiden kannst oder es dir egal ist. Oder du die magische Miesmuschel erst fragst. Dann auch. Ja, okay. Also, weil ich habe das beispielsweise, ich leide unter chronischer, kann mich nicht entscheidender Ritis. Ich bin sehr jemand, der so lange überlegt, dass ich dann gar nichts mache. Und das ist meistens viel mehr schädlich, als wenn ich einfach irgendwas mache. Und gerade bei so Ja-Nein-Sachen oder so Entweder-Oder-Sachen brauche ich manchmal so lange. So, deswegen, ich habe zum Beispiel sowas, wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen zwei Sachen und es quasi eigentlich keinen Unterschied macht. So zum Beispiel, ey, yo, willst du dieses Gericht essen mit Parmesan oder ohne? Zum Beispiel, und ich kann mich aus irgendeinem Grund da nicht entscheiden, keine Ahnung, warum ich mich da nicht entscheiden kann, aber dann nehme ich oft die Uhrzeit. Wenn es die erste halbe Stunde ist, ist es Ja, zweite halbe Stunde Nein. Dann gucke ich drauf, so, ah, okay, ist es 27. Ja, okay. Das ist wie Münze werfen eigentlich. Na gut, dafür kann man es benutzen, I guess. Aber das ist bei wichtigen Entscheidungen, nicht? Na, bei wichtigen Entscheidungen, wo es schon Sinn machen würde, sich zu entscheiden, da sollte man vielleicht entscheiden. Du benutzt dein Köpfchen, er benutzt Chat-GBT, ich mache noch Bauchgefühl. Jeder so wie Eduard benutzt seine Würfel. Aber dann die letzte Frage wäre, ob du noch eine Message hättest, weil wir am Ende immer die Leute fragen, etwas, was du an die draußen mitgeben kannst, was du gelernt hast. Darf Jay noch eine Message geben? Das ist mir zu hoch. Aber denen ist das nicht zu hoch, deswegen darfst du. Jetzt erwarten wir aber eine sehr hohe Antwort. Also die muss jetzt schon so, sodass wir sie nicht verstanden haben. Welcher war auch schon was Krasses von dir? Du kannst auch verpacken wie magische Kiwi, damit wir es nicht checken. Nee, also schon so eine Message an, so auch alle, die zuhören, so vielleicht auch viele Jüngere, die auch zuhören. Einfach eine Sache, die du so im Leben gelernt hast, die for real so, wo du sagst, ey, das habe ich gelernt, darauf könnt ihr achten, das gebe ich euch mit so auf den Weg. Ich habe das Gefühl, ich bin auch gar nicht die Person, die man da fragen sollte eigentlich, weil ich habe gar nicht so viele gute Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, wenn man selbst von etwas richtig krass überzeugt ist und man auch Grund dazu hat, das zu glauben, also nicht einfach nur frei erfunden, sondern man hat auch wirklich einen Grund und andere sagen einem aber trotzdem, mach das nicht oder ist falsch, aber du hast wirklich guten Grund zur Annahme, dass das stimmt, dann hör auf dich selbst. Das ist so meine, also ich will jetzt nicht sagen, einfach alle sagen dir, geben dir voll einen guten Ratschlag und du scheißt einfach drauf, das meine ich nicht, aber wenn du wirklich Grund zur Annahme hast, ey, ich glaube, ich bin da an was dran, dann würde ich persönlich sagen, auf sich selbst dran, weil das war auf jeden Fall mit all dem, was ich hier mache und bestimmt auch bei euch, du hast ja vorhin gesagt, auch deine Eltern meinten, was machst du hier für eine Scheiße, wenn du aber so davon überzeugt bist und glaubst, nee, ich glaube, ich habe hier was, ich glaube, das könnte funktionieren, dann dran bleiben, weil ich glaube, das sind die Leute, die am meisten in der Welt bewegen, sind die Leute, die ob bei dem die meisten Leute, die Englisch heißt das Exception, die, die nicht Ausnahmezustand, aber ja, die einfach so besonderer sind, sind ja oder nicht besonderer sind, aber besonderes leisten, genau, die leisten das, weil sie etwas tun, was eben besonders ist und besonders heißt ja anders. Das heißt, du musst etwas tun, was anders ist als all das, was die meisten sagen. Also du wirst immer gegen den Strom schwimmen. Nicht, dass das jetzt ein guter Vorschlag ist, aber in der Narko-Serie, die ich jetzt geguckt hatte, hieß es auch, Pablo Escobar ist crazy, aber er war auch ein Genius zeitgleich, also du wirst verrückt genannt, aber du bist auch ein Genie zeitgleich. Oft ist das sehr nah. Bis es funktioniert und dann wirst du ein Genie. Genau, genau, also bis es funktioniert, sind alle mal so, was machst du da? Und dann plötzlich so, boah, so er, er ist voll der, der schlaue Typ, so ja, früher hast du das nicht gesagt, aber it is what it is. Das ist eine super Message und dann, du bringst noch einen Song raus am Freitag, oder? Wann kommt dieser Podcast raus? Montag. Jetzt kommenden Montag? Ja. Dann habe ich den Song gestern rausgebracht. Ich dachte, der kommt jetzt die ganze Zeit. Also der kommt am, also der kommt am Sonntag. Ja, darum meine ich das, weil du hast es nicht normal wie Freitag rausgebracht, weil das ist halt das Ding. Genau. Nee, aber ich meine bloß, wenn das Montag rauskommt, dann passt es. Ja, ja, dann macht es schon Sinn. Es kommt am Montag um 23.59 Uhr, also die meisten werden es dann um Dienstag in der Nacht. Also es ist vorgestern rausgekommen. Und für die, die das dann am Mittwoch hören, es ist vorvorgestern rausgekommen. Und für die, die das dann am Donnerstag hören, es ist letzten Sonntag rausgekommen. Und wenn ihr nicht mehr weiter weiß, ladet euch die Kiwi, die Schicksals runter oder ihr holt euch die magische Miesmuschel. Dann checkt ihr neuen Song, wir können den unten gerne verlinken. Oder auch einen Teaser im Lernen, wenn du einen hast. Sehr gerne. Und ja, folgt auf deinen Socials. Verlinke die auch. Cenk mir auch. Lass fünf Stelle da. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Danke dir. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.